Herzlich Willkommen zur zweiten Season von TTT. Letztes Mal haben wir ja beendet. Wir haben jetzt ein siebtes Mitglied. Ja, wir haben einen Oberspacko. Nee, den hatten wir von Anfang an schon den Oberspacko. Bei ihm war der Oberspacko schon dabei. Die Musik höre ich leider. Bram, Hilfe, verpiss dich, Bram. Du meinst, Sepp hat auf mich geschossen oder war das in Lauberei? Nee, Bram. Warte, ein Asi. Ja, das kenne ich. Ja, ey. Das kenne ich. Ja, ey. Äh, ich hab natürlich nicht... Oh nein, nicht dein Ernst. Oh nein, nicht dein Ernst. Das war richtig, richtig ehrlich. Ich weiß nicht, ich stand genau neben Christian. Christian ist eigentlich an mir vorbeigelaufen und dann ist er weggeflogen. Bram schießt, Bram schießt, Bram schießt, Bram schießt. Oh, Peter. Oh, Peter. Scheiße. Ah, du schießt, mein Gott. Ich war jetzt aber richtig scheiße gespielt, ey. Leck mich doch mal am Arsch. Peter, hast du alle getötet? Ja, ich hab alle getötet. Scheiße, du leck mich doch mal am Arsch. Ach, boah, Peter, ey. Wie schlecht, dass ich gespielt war. Ich 100 Schaden kriegen kann, sofort tot bin und ich stehe in Zap drin und der kriegt nicht mal den Weg. Ja, ohne Spaß, Christian, da waren wir schon vorbei und dann auf einmal flieh ich die Leiche weg. Ich hab die Bombe schön in die Mitte der Map geplantet. Ach, schießt, Bram schießt. Aber du konntest es ja verstickst. Das war echt so. Hadi wurde nicht überrascht. Ja, ich war einfach mal, ich war einfach mal, ich hab einfach mal gehofft, dass Peter mal auch schnell genug tickert und mir hilft. Ich hab direkt rumgeballert ohne Ende. Ich hab auch auf Bram geschossen und dann hab ich Hadi weggefickt. Ja, wer hätte sie lieber Hadi wegficken sollen. Ich hab Hadi weggefickt. Ja, vor Bram. Bram hatte ich ja selber in der Hand. Das ist Jay. Mach keinen Quatsch. Ja, ich mach Jay. Wir waren in der Sand. Scheiße. Nein! Seid so ein Mondoos. Ja, Jay, du bist ein Mondo. Ich bin Speed, ich mach den Quatsch. Ich war in der Sand. Ja, das war mega geil. Ja, und dann hab ich versucht, es abzukillen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Scheiße. Hast du das Sippe im Bombeplatten erwischt? Ja, nein, ich hab niemand noch nicht gefunden. Nee, nee, ich hatte keine Bombe. Es hat aber gepiept und er lief dann da auch noch so auffällig dran rum. Wo ich dachte, okay, will er die jetzt wieder verteidigen? Ja, gab keine Bombe. Hättest du mich den mal zu Ende schießen lassen sollen, ey? Ja, hättest du das mal gemacht. Aber warum bin... Pass auf, ich hol ihn hier. Fick dich, Pies. Kleiner Noden. Du kleiner... Nodenhascher. Stierf. Fick dich, ey, dann ist der da. Scheiße, ey. Du kleiner Stinker. Boah, jawohl, Seid, wir teilen uns den ersten. Ah ja, gucken wir uns das mal schnell an hier. Alter, hat er mir einen mitgegeben. Ey, können die mal sterben, die Mongos? Ich hau den jetzt weg. Ich krieg den nicht! Du musst doch auch mal auf den schießen! Nein! Oh nein! Damit hat er alles hier weg. Ohne Spaß, Sepp. Ohne Spaß, Sepp. Das war eine Prägungrunde von dir. Alter, wie kann ich denn neben die Holzbretter springen? Ich hab nur... Alter. Alter. Ich war so gierig. Ich war so gierig. Ich war so gierig. Boah, jetzt müsste ich eigentlich so eine lange Nase haben. Wie kann er das mitbekommen, ey? Alter, Vater. Das kann nicht sein. Boah, dann jumpen. Boah, ich war mir so sicher, dass das Scheißding da ist. Die blöden Holzbretter. Und die springen daneben. So, wir stellen mir jetzt mal hier neben das Fass. Oh, Alter. Okay. Wo war mal... Fick dich! Alter. Alter. Hahahaha. 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 Der ist jetzt nicht mehr richtig runtergesegelt. Ist der jetzt runtergeflogen? Hahahaha. Ah, scheiße. Tut mir leid. Aber ich musste das einfach tun, Peter. Das war so geil, ey. Hahahaha. Hahahaha. Voll weggemacht. Scheiße, war das awesome. Wie er noch am Lachen war. Und dann still, dass ich neben das Fass immer dafür einen Abgang gemacht hatte. Das war awesome. Oh, Mann. Entschuldigung. Sorry, Peter. Aber das war mir jetzt die Videospunkte echt wert. Wenn du wirklich... Wenn nicht Twitter gewesen bist. Ich dich. LOL. Lo... Hahahaha. Hast du gerade im Ernst? Oh, Mann. Ich hab gerade im Flug... Vielen Dank, Peter. Ich hab gerade im Flug das Fass abgeschossen. Peter, mein kleiner Traitor-Kollege. Du bist richtig geile Schnitte. Ich hab... Das war totales... Und dann hab ich auch noch Bram gekillt. Oh, mein Gott. Peter, jetzt hol mich doch da aus dem Haus. Hahahaha. Hahahaha. Oh, shit. Hahahaha. Alter, what the fuck. Da hab ich gerade zwei Innocents weggeballert. Oh, mein Gott. Das war jetzt hier aber gerade im Haus aber auch das totale Chaos. Das tut mir leid. Hahahaha. Hahahaha. Oh, mein Gott. Oh, mein Schwein fällt. Oh, mein Schwein fällt. Loll. Hier ist ein Schwein hin geflogen. Oh, voll geil, ey. Warte, warte, ich werf zurück, ich werf zurück. Jay, komm mal her. Ja, was? Hier, hier ist gerade eine Tür aufgegangen. Okay. Die ist aufgegangen. Die habe ich nicht aufgemacht. Das ist ein Traitor-Room. Dann ist da einer. Dann ist da einer ein Traitor-Room. Ich war hier die ganze Zeit im Wasser. Ich hab gerade mit den Schwein rumgespielt. Da oben lockst doch Sepp. Hardy, wo bist du? Ich bin weg. Hahahaha. Alles klar. Okay. Also, Hardy, das macht dich jetzt nicht gerade innocent. Ja, macht ja nix. Das hat kein Problem. Was ist das denn für ein Leck? Ich hatte voll den Leck. What the fuck? Ich hatte voll den Leck. Das tut mir total leid, wenn ich Hardy nicht weggemacht habe. Ach, egal. Wir haben das gemacht, Christian. Ich habe gerade gedacht, wie spielen sie denn? Ich habe Hardy gesehen und einfach angefangen zu ballern. Hahahaha. Mach die weg, man. Kein Problem. Was ist der Traitor? Ist ja alles gut gelaufen. Wir haben sie alle weggemacht. Das ist ja auch total gut. Ah! Jawoll! Nice. Warte mal. Warte mal. Ich bin das nicht. Man darf die Tür zugelaufen. Ja, was soll man denn anderes machen, weißt du? Alter, wie krass war das denn, ey? Ja, wenn der Sepp so random kippt. Das war auch mal. Das war echt mal. Aber hier kann man die Leute doch so schön vor die Autos werfen, oder? Ja. Mensch, 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 Mensch. Da kommt einer! Wuuuh! 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 Gleis neun Dreiviertel ist das. Hahaha. Komm, komm, komm! Hast du jetzt echt drück gemacht? Wuuuh! Sepp! Wut war das denn? I salute you! Wuuuh! 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 Ich möchte ganz kurz sagen, dass ich innocent bin, ja? Hahaha! Wuuuh! 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 Jetzt hab ich dich gesehen. Ah! Ihr kriegt mich hier nicht raus! Loi! Der ist der erste Weg! Niiiiii! Wuuuh! 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 Okay, das tut mir echt leid! Das war ein bisschen Scheiße! Wuuuh! 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 Wuuuh!